Kennt ihr so Leute, wo man sagt, der ist eigentlich ein richtiges Arschloch? Wenn du so denkst, dann bist du in der Regel ein grüner Typus, ein stetiger Typus, der den Dominanten nicht mag. Woran erkennst du, ob ein stetiger sauer ist? Der schweigt. Und dann muss man zu dem hingehen und muss man sagen, ist was, wie reagiert der? Nee. Dann musst du nochmal hingehen, ist was, ist wirklich nix, nein und irgendwann mal sagen, ja, bumm und dann kommt, ich nenne das Emotional Ketchup Burst. Wenn ihr so eine Ketchup Flasche umbaut und ihr haut so oben drauf und bumm, alles auf einmal, ja? Wer von euch kennt Menschen, die so richtig einen an der Waffel haben? Wer gehört zu diesen Menschen, die so richtig einen, nein, Scherz, Scherz, Scherz. Jetzt ist es trotzdem so, dass man ja trotzdem eigentlich davon was hat, wenn man Menschen so auf einen Blick einsortieren kann. Und ich möchte euch jetzt so ein System vorstellen, wie ihr Menschen mit relativ wenigen Kategorien sofort in so einen Raster packt. Und Vorsicht, das ist echt hochsüchtig machend, was ich euch jetzt erzähle. Das ist eine sehr simple Technik, das kann jeder zu Hause auch nachmachen. Das ist eine sehr alte Technik, die stammt vom alten Hippokrates. Das war so der Urarzt, schon 400 Jahre vor Christus, er hat gesagt, es gibt vier Charaktere auf der Welt. Die Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker und Choleriker, habt ihr alle schon gehört. Habt ihr schon eine grobe Idee, was ihr für ein Menschentypus seid? Wollen wir das mal kurz herleiten und wirklich, passt jetzt auf, weil es könnte sein, dass jetzt einiges über euch lernt. Es gibt eine relativ simple Möglichkeit, das in so einem Semi-Test irgendwie einfach mal so aus der Hüfte zu schießen und sich ungefähr einzuschätzen. Wir malen jetzt mal dieses Koordinatenkreuz und ihr denkt bitte mal mit und guckt mal, wo ihr seid. Es gibt Menschen, die sind eher extrovertiert und es gibt Menschen, die sind eher introvertiert. Einverstanden? Es gibt Menschen, die sind mit ihrer Umwelt eher so aktiv im Umgang und es gibt Menschen, die reagieren auf ihre Umwelt eher so zurückhaltend. Okay? Wollen wir mal kurz durchgehen, woher kommt das, warum ticken die Menschen so? Der Extrovertierte, das ist derjenige, der sagt, die Umwelt muss mich irgendwie unterhalten. Also der trifft die anderen Menschen, der interagiert mit der Umwelt, der sieht Chancen, der lebt sozusagen in seiner Vogelperspektive des Lebens, denkt in die Zukunft aber häufig nicht so im Moment. Der findet das toll heute Abend, der kennt wahrscheinlich schon alle Menschen, die hier um ihn herum sitzen. Und der Introvertierte, der findet all das so ein bisschen anstrengend. Der Introvertierte gewinnt Energie alleine, für sich zu Hause Türe zu. Für den beginnt der richtige Spaß heute Abend, wenn er im Auto sitzt, Türe zu und nachdenken kann. Das sind diejenigen, die leben so eher im Moment, die sind eher so sensorisch, die gucken auf das, was ist, nicht auf das, was sein könnte. Der Extrovertierte, der da oben, der Aktive, der sagt, hey, guck mal im Leben das und das und das, der denkt schnell, aber nicht unbedingt das Richtige. Okay, andersrum. Der denkt schnell, aber manchmal macht er Fehler. Der hier denkt eher langsam, aber macht die Dinge meistens sehr, sehr richtig. Ist das klar? Also diejenigen, die denken die Dinge in der Tiefe durch. Die leben in der Gegenwart, verpennen manchmal die Zukunft. Die leben in der Zukunft, verpennen manchmal die Gegenwart. Habt ihr das ungefähr? Okay, so jetzt passt mal auf. Gebt euch doch bitte mal so einen groben Wert. Seid ihr eher hier oben angesiedelt oder seid ihr eher hier unten angesiedelt? Habt das? Versucht euch bitte für eine Seite zu entscheiden. Das ist manchmal schwierig, ich weiß, aber versucht es trotzdem. Okay? So, dann gehen wir weiter. Es gibt Menschen, die sind eher, sagen wir mal, die Denker. Und dann gibt es Menschen, das sind eher so die Fühler. Dann gibt es Menschen, die Denker sind. Das sind diejenigen, die meistens auf ihre Umwelt häufig irgendwie gestresst reagieren. Ja? Weil die Umwelt dann häufig nicht das macht, was die wollen. Die Fühler reagieren meistens auf ihre Umwelt sehr, sehr angenehm. Die finden das toll. Wo ist der Unterschied? Der Denker, der will von A nach B. Der Denker hat einen Plan, der hat ein Ziel. Der Denker, der ist auch wirklich willensstark, der möchte irgendwo hin. Und wenn der irgendwie gestört wird, findet er doof. Korrekt? Der Fühler, bei dem ist das anders. Dem Fühler, dem geht es gut. Im Moment. Ja, alles ist schön. Ich lasse mich unterhalten. Der Denker, der findet das total klasse, Aufgaben zu erledigen. Was machen wir jetzt? Wo sind die Ziele, die Pläne und so weiter und so fort. Aufgabenorientierung, bei dem Fühler, dem ist es völlig egal. Der sagt, hey, ich keine Ahnung, was wir tun. Hauptsache, wir sind zusammen. Okay? Also, wo seid ihr? Seid ihr tendenziell eher hier drüben oder seid ihr tendenziell eher hier drüben? Habt ihr es? So, und jetzt wollen wir mal herausfinden, was ihr so für ein Menschentypus seid. Okay? Jetzt verbindet mal gedanklich die beiden Regionen, die ihr so herausgefunden habt. Also vielleicht seid ihr hier und hier oder hier und hier. Habt ihr es? Hier möglicherweise. Entweder seid ihr hier oder ihr habt herausgefunden, dass ihr hier was verbinden könnt. Okay? Oder ihr habt herausgefunden, dass ihr hier unten etwas verbinden könnt. Oder ihr habt herausgefunden, dass ihr hier unten auf der linken Seite etwas verbinden könnt. Okay? So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Stuttgart. Wir machen jetzt mal eine Erhebung, wo ihr alle seid. Wer von euch ist in diesem oberen Quadranten gelandet? Bitte Arm hoch. Wunderbar. Wer von euch ist in diesem Quadranten hier gelandet? Bitte Arm hoch. Wer ist in diesem Quadranten gelandet? Bitte Arm hoch. Wer ist in diesem Quadranten gelandet und traut sich jetzt nicht, sich zu strecken? Okay. Wer ist in diesem linken unteren Quadranten gelandet? Okay, pass auf. Jetzt kommt der Moment der Selbsterkenntnis, weil das ist total spannend. Erstmal, wenn du hier oben links gelandet bist, dann bist du der klassische dominante Typus. Ein dominanter Typus bedeutet, du bist ein klassischer Kolero-Günther. Wenn du hier gelandet bist, dann bist du ein klassischer Initiativer-Günther. Man könnte auch sagen, du bist ein klassischer Aktions-Günther. Wenn du hier unten rechts gelandet bist, dann bist du der stetige Typus. Und wenn du hier unten links gelandet bist, dann bist du der gewissenhafte Typus. Man könnte auch sagen, ein waschechter Schwabe. Und jetzt pass auf. Was bedeutet das alles? Gehen wir es mal kurz durch. Was sind das für Typen? Also dominanter Typus, was ist der? Der ist willensstark, der ist wetteifend, der will Ziele erreichen. Prima. Ohne dominante Menschen würde die Welt da draußen nicht funktionieren. Die Staatenprojekte, die machen die Projekte zu Ende. Solltest du ein dominanter Typus sein, hervorragend. Vorsicht, du hast einen Schwachpunkt. Wenn du es übertreibst, dann ärgerst du andere Menschen. Dann bist du tyrannisch. Dann blockst du Gefühle ab. Dann erreichst du Menschen nicht. Du verärgerst sie. Insbesondere verärgerst du die hier unten, die dir genau gegenüber sind. Kennt ihr das? Kennt ihr so Leute, wo man sagt, der ist eigentlich ein richtiges Arschloch? Achtung, wenn du so denkst, dann bist du in der Regel ein grüner Typus, ein stetiger Typus, der den Dominanten nicht mag. Warum? Der stetige, wie tickt der? Sozial, achtsam, ermutigend, mitfühlend, freundlich. Der will, dass Dinge funktionieren. Der sorgt auch dafür, dass Organisationen funktionieren. Weil der kann die ganzen Routinetätigkeiten machen. Der kann sich auf die Sachen konzentrieren vor ihm. Das kann der dominante Typus nicht. Der findet Team auch toll, wenn die anderen halt machen, was er will. Klar? Der hier kann nur Team, der will Team, den findet Team super. Und entsprechend ist er ziemlich empfindlich dem da oben gegenüber. Und jetzt Achtung, liebe dominanten Leute, habt ihr auch schon mal so ein paar Stetige in der Umgebung, die ab und zu sauer sind auf euch? Woran erkennst du, ob ein Stetiger sauer ist? Der schweigt. Und dann muss man zu dem hingehen und muss man sagen, ist was, wie reagiert der? Nee. Ist nix. Ist nix. Und was muss man dann machen? Dann muss man nochmal hingehen, ist was, ist wirklich nix, nein. Und irgendwann mal sagen, ja, bumm. Und dann kommt, ich nenne das Emotional Ketchup Burst. Kennt ihr das? Wenn ihr so ne Ketchup Flasche umbaut, ihr haust so oben drauf und dann bumm, alles auf einmal, ja. Also, im Prinzip, es hilft bei dem einfach nur eine Sache. Also hast du so nen Stetigen mal irgendwie sauer gemacht, bitte in den Arm nehmen und kuscheln, ja. Und wenn der das nicht will, Abstand halten, Schokolade zuwerfen. Es funktioniert, ja. Gehen wir weiter. Wie ist der Initiative-Typus drauf? Der Initiative, der ist kommunikativ, der ist gesellig. Hey, yippie, der hat alle Leute getroffen, der macht Party hier auf der Bühne. Trifft die Menschen, geil. Yeah, cool, Stuttgart, wie geht's euch? Geil. Ja, so einer. Stimmung, neue Dinge, Vertriebler, Aktivität, alles toll. Problem, manchmal nicht immer so durchdacht. Chaos, ja. Vernünftig ist wie tot, nur vorher. Kennt ihr solche Leute? Also, die sind toll, fangen neue Dinge an, sind initiativ, prima. Die haben häufig ein Problem mit dem hier, dem sogenannten gewissenhaften Typus, der ist ziemlich genau gegenüber. Was ist der gewissenhafte Typus? Der ist häufig so ein bisschen reserviert, der ist so ein bisschen ruhig. Warum? Der analysiert halt, der ist bedächtig, ja. Der guckt nach Zahlen, Daten, Fakten, der will genau wissen, sind die Dinge richtig, was der macht. Der verzettelt sich dabei dann manchmal im Detail. Und er wirkt tatsächlich auf andere Menschen mitunter ein bisschen still, ein bisschen zurückhaltend. Ja, und also wenn es hier so ein Antitypus gibt, der sagt, der sagt, boah, das ist irgendwie ein kalter Fisch. Ja, der ist irgendwie komisch, der sagt, der hat ADHS. Und die Kunst ist, wirklich herauszufinden, wer wir sind und dementsprechend einfach zu leben. Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, das herauszufinden. Manche Leute von euch werden sagen, oh, das war jetzt so ein bisschen arg grob und das kann man ja so nicht sagen. Wenn man so richtige Tests macht oder so richtige Persönlichkeitsanalysen, kriegt man natürlich sehr stark in die Tiefe. Das ist zum Beispiel eine Insights-Analyse, die man hier sieht. Da seht ihr beispielsweise eine etwas andere Darstellung. Hier unterteilt man beispielsweise hier nochmal die verschiedenen Farben in Zwischentypen. Das kann man alles mit wenigen Klicks, kann man so eine Persönlichkeitsprofile machen. Das sind die gesamten Typen, die herauskommen. Oder hier, was ihr jetzt hier seht, das ist der Persolock-Test. Das ist wahrscheinlich der derzeit erfolgreichste und meistgeklickte Persönlichkeitstest auf der Welt. Der hat über zwei Millionen Leute haben den schon geklickt, haben den schon mal verwendet. Das heißt, da sind richtig valide, statistisch valide Datenbasisergebnisse drauf. Und hier unterscheiden wir nochmal 20 Typen. Und wenn ihr so eine Analyse mal gemacht habt, das ist ein wahnsinniges Erkenntnis für euch, wer man so ist. Also beispielsweise das hier, das ist so ein Kurztest und so ein Quick-Check. Das ist beispielsweise ein sehr dominanter Typ. Der hat aber auch einen Initiativenanteil. Und so ein bisschen Gewissenhaftigkeit, so ein bisschen Stetigkeit. Übrigens, bei Gedankentanken kann man so etwas auch umsonst machen. So ein Kurztest. Und wenn du so eine richtig lange Analyse machst, diese langen Analysen, das sind dann solche Dinge, das ist der Wahnsinn. Du beantwortest so einige Fragen, dauert so zehn Minuten und du bekommst hinterher ein Manual. Und die Leute haben den Eindruck immer wieder, woher kennen die mich? Haben die mit meinem Partner gesprochen? Komisches Gefühl. Also du bekommst so eine richtig genaue Analyse und demnach kratzen wir alle. Bei dem, was ich gerade gesagt habe, nur an der Oberfläche, das geht wirklich um einiges tiefer. Was möchte ich euch damit sagen? Zurück zum Anfang. Ich habe begonnen mit der Persönlichkeitspathologie. Es gibt Menschen, die einen der Waffel haben. Mittlerweile glaube ich, dass das nicht die richtige Denke ist. Ich glaube, dass es in der gesunden Psychologie, in der Persönlichkeitspsychologie so viele Merkmale gibt, so viele Hinweise gibt, wie wir ein glückliches und erfolgreiches Leben führen können, dass wir uns damit alle beschäftigen sollten. Das heißt, Tipp Nummer eins. Erkenne dich selbst. Je besser du dich kennst, desto besser kommst du im Leben voran. Und wenn du das nicht verstehst, dann kann es sein, dass du ein Sackgassen landest. Also, dass du beispielsweise als gewissenhafter einen Initiativen Job machen musst. Das macht depressiv. Oder wenn du beispielsweise ein dominanter, initiativer Typ bist und du musst irgendwie in so einem ganz stetigen, strukturierten Umfeld arbeiten, wie das gewissenhafte oder stetige Typen können. Also streng genommen, die sind häufig tatsächlich veränderungsresistent. Die sind tatsächlich wirklich ein bisschen hibbelig. Und das bedeutet, dass du manchmal an so Grenzen kommst in deinem Leben. Kennt ihr Menschen, die im falschen Job sind? War dir vielleicht auch schon mal im falschen Job? Ja, also wenn du so als dominanter Typ beispielsweise in der Behörde arbeitest. Kleiner Beamtenwitz. Treffen sich zwei Beamte auf dem Flur, sagt der eine, kannst du auch nicht schlafen. Okay, das ist schlecht, schlecht. Ist schlecht. Entschuldigung allen Beamten gegenüber, tut mir furchtbar leid. Aber genau das ist der Punkt. Also, wenn du den Eindruck hast, du bist in der falschen Umgebung, das ist mit das Mieseste, was dir im Leben passieren kann. Also erstens, erkenne dich selbst und mach was draus. Mach was draus. Nächster Tipp, wenn du irgendwelche Macken hast, wenn du Macken hast, dann versuche diese Macken irgendwie in den Griff zu kriegen. Also jeder, der jetzt bei einem Typen wirklich genau gesagt hat, das bin ich. Vorsicht, das könnte sein, dass du so ein bisschen zu sehr bist. Jeder, der gesagt hat, boah, das ist ein Typ, den hasse ich. Vorsicht, das könnte sein, dass du so ein bisschen zu wenig bist. Es kann sein, dass du so ein grüner Typ bist, dass du zu wenig Mut hast. Es kann sein, dass du so sehr an irgendwelchen starren Strukturen festhältst. Hier kann es sein, dass du so sehr in die kleinen Details reingehst. Da muss man üben, mutiger sein, Dinge neu anzufangen, in der Oberfläche sozusagen zu denken. Und hier kann es tatsächlich sein, dass du dich im Leben teilweise zu hibbelig anschließt und mit ein bisschen mehr Ruhe einfach zu besseren Ergebnissen kommst. Und der dritte Tipp, ich glaube, das ist großartig, dass wir alle so unterschiedlich sind. Umarmt diese Unterschiedlichkeit. Dadurch, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind, kommt unsere Menschheit voran. Würden wir alle über einen Kamm scheren, wäre es die komplette Gleichheit und es wäre total blöde. Und wenn ihr den Eindruck habt, dass jemand gegenüber euch ist, der einen an der Waffel hat, dann liegt das ganz häufig an euch selbst. Und für alle diejenigen, die sagen, oh, Friedrich, das war mir jetzt so ein bisschen zu platt. Man kann doch Persönlichkeiten nicht so einfach reinkategorisieren. Ja, du hast recht. Jawohl, das ist wirklich platt gewesen, was ich dir gesagt habe. Aber es ist eine Möglichkeit, Menschen auf einen Blick relativ schnell einzuschätzen. Und wenn ihr jetzt hier rausgeht und sagt, alles klar, ich habe jetzt Persönlichkeitspsychologie verstanden, den möchte ich auch sagen, Vorsicht. Es ist nur ein Modell. Ein Modell ist nicht die Realität. Also jetzt sagt nicht, hey, du bist ein Blauer, du bist ein Grüner, du bist ein Schädiger. Das ist es nicht. Es sind Denkanstöße, okay? Und wenn ihr jetzt da rausgeht, dann denkt bitte an einen Satz von einem lieben Freund, den ich bewundere, das ist der Boris Grundl. Er sagt, das ist eine Kunst, Schubladen zu benutzen und sie offen zu lassen. Benutzt diese Schubladen. Ich wünsche euch ganz viel Selbsterkenntnis. Vielen Dank fürs Mitdenken und ein richtig erfolgreiches Leben. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.